Yo Leute, willkommen zurück zu ein bisschen Dirt Rowdy 2.0 mit neuem Controller, mal gucken wie der neue jetzt so tickt, wagen wir uns mal wieder ein bisschen in die Dailies hier ran einfach und ich dachte mir so, warum einfach mal nicht? Ich meine, ich habe das eine Zeit lang ja etwas aktiv gemacht, dessens gucken wir uns das einfach an, wir fahren mit dem Piso 200 Sexuelle, ich habe jetzt natürlich für die keine Tunings drin, geschweige denn, glaube ich, Geld um irgendwie, ach der hier hat, okay, wollen wir einfach mal da reinladen, mal gucken wie gut wir uns stellen, wie gesagt, erst recht auch, wie ich gut mit dem neuen Controller klarkomme, mit dem ich übrigens hier unten umstellen kann, zwischen X-Input und Direct-Input, cool. Wir haben nämlich einen neuen Controller geholt, weil ich den schon länger gesagt habe, ich brauche mal einen neuen. So, erstmal die Reifen natürlich auf Weichstellen, Tuning für ihn dürften wir nichts haben, wir können gucken, ob wir irgendeine Tuning-Option hätten, nein, natürlich nicht, war irgendwie klar, deswegen lass uns einfach direkt mal rein, rein sprinten. Start, Kuppe voll, 30 und Don't Cut, 3 rechts lang, mach zu, in 3 links über Kuppe lang, mach zu, viel Glück. So. 5, 4, 3, 2, 1, los. Kuppe voll, 30, Kuppe und Don't Cut, 3 rechts lang, mach zu, in 3 links über Kuppe lang, mach zu, 30, 3 rechts lang, mach zu, über Kuppe, 30. Also nicht so, ich würd mach zu, ja, alles längst ruhig. Ah, ich wavelength nur ganz kurz, das wissen, weil, das kann mal passieren. Ne, ist alles so wie es sein soll. Perfekt. Entschuldige für die kleine Unterbrechung da drin, aber... Die Musik ist ja kaum zu hören. Das ist aber nicht so gewollt. Nein. Könnten wir mal ein bisschen von der Musik hören. So. Kann man ein bisschen etwas hören, oder? So sollte es doch gehen. Vier links lang, mach zu, drei. Schon lange habe ich keine Dailys mehr gemacht. Witzigerweise weiß ich gar nicht, ob ich diesen Part hier veröffentlichen werde. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo vielleicht dieses Dailychen hier war, ist das schon ein bisschen höher. Ich habe auch gerade mega Bock, was aufzunehmen. Gut gegangen. Macht auf, 30. Vier rechts lang, macht auf, überkuppeln. Muss mit dem neuen Controller, wie gesagt, auch noch ein bisschen klarkommen. Halt, ne? In langsam, zwei rechts, macht zu. Also, macht euch ins. In 1 links. In gemecker, falls ich mit dem Controller muss ich rappen. In 2 rechts, macht zu. 30, don't cut, kehre links weit. In 4 rechts. Ähm, da will ich gar nicht hin. Danke. Da will ich auch nicht hin. Ich will da hin. Das war schlecht gebremst. 2 rechts lang, macht zu. In 4 links, überkuppelang, macht zu. Ich bin auf jeden Fall schon langsam, das weiß ich. Das war ich schon immer. In 4 links. In rechts halten, überkuppelang. 30 durch Tor, 6 links, überkuppelang. In 2 rechts lang, macht auf. Nein, da will ich nicht lang. Wir müssen durchs Tor. Ich sollte auch bei der Dame zu hören. In 4 links und 3 rechts lang, in kehre links weit. 30. 4 links, in 3 rechts lang, macht zu. In 2 links. Nicht so weit drücken. In 6 rechts, macht auf. 50. 3 rechts lang, macht zu. In 3 links. So. In 3 rechts lang, macht zu. In 6 links, überkuppelang. 30, 2 rechts, macht zu. In kehre links weit, macht auf. 6 links, in 4 rechts, macht zu. In 5 links und 2 rechts. Ja, da war eine weiche Vibration. Auch cool. In 4 links und 3 rechts lang, macht auf, überkuppelang, durch Tor. In 3 lang, in 3 lang, in 4 links, in 4 links, in 4 rechts, in 5 links, überkuppelang, extra lang, in 5 rechts, in kehre links weit. Und wieder eine weiche Vibration. Okay. Und wieder eine weiche Vibration. irgendwie krass wenn ich irgendwann mal für alle karren auf allen strecken die passenden in kehrer links weit in zwei rechts nach der musik immer noch so sein muss ich doch 50 haben oder wird kehrer links weit in 1 rechts 36 links über gruppe 30 kehrer links weit in zwei rechts eine playlist sich einfach feiern drei rechts lang macht auf über gruppe in 1 links in achtung zu rechts macht zu 1 in fünf links macht auf über gruppe in don't cut so recht leitet ihr mal davon ich habe mir erstmal bin man die kommentare links ich wage mich an das monatliche vom januar einfach mal so aus spaß das wird aber eine lange session in 1 links macht auf ich meine gut dann haben wir ja bald mal wieder was nein spaß aber ihr wisst was ich meine in drei rechts macht zu in drei links in eins rechts macht zu in zwei links in fünf rechts in vier links in vier rechts lang macht auf 30 aua es war klar irgendwann passiert was vier rechts über gruppe in zwei links in kehre rechts weit in sechs links über gruppe in vier rechts macht zu in drei links lang macht zu kehre links weit macht auf in fünf rechts in fünf rechts vier links lang in don't cut vier rechts in vier links lang in so rechts lang macht auf sechs links lang macht auf über gruppe zweimal durch tor in drei rechts macht zu wir haben so dass es hier so rechts macht so in sechs links lang macht auf macht zu drei links don't cut in vier rechts lang macht auf in 2 rechts lang macht so über gruppe in so links macht so in 2 rechts macht zu in drei links 30 4 rechts lang macht zu drei macht auf über gruppe in fünf links in 1 rechts macht zu in don't cut kehr links weit macht auf 30 zu links macht zu in drei rechts lang in drei links lang in 2 rechts extra lang macht auf über gruppe in 1 links macht zu wahren sich ist das hier schon eine schöne strecke in achtung ich weiß nur gerade gar nicht mehr wo wir hier sind in 2 links nicht gerade im kopf mehr in 2 rechts in 3 links lang in kehre rechts weit macht zu in kehre links weit in Mach zu. In drei links, in drei rechts. 30. Zwei rechts lang. Macht auf. 30. Das Ziel durch. Drei links lang. Mach zu. Kehre links weit. Über ziel. Zum Stopp. Wir waren auf jeden Fall zu langsam. Habe ich ja verstanden. Ja, wir sind Platz 318 nur. Schade. Bums, wir haben Muttermapping Nummer zwei. Aber wir haben kaum Geld. Da jetzt irgendwas zu machen, wäre dumm. Als nächstes haben wir echt Argentinien? Okay. Das war falsch. Falsch geklickt. Mit dem Subaru Impreza 2001. Haben wir den irgendwann? Wow. Wir könnten das kaufen, aber wir haben kaum Geld. Deswegen lassen wir den mal so, wie er ist. Reparieren müssen wir an dem nix, ne? Nein. Dann starten wir nach Argentinien rein. Ich denke, die ich nicht gerade einfach finde, da muss ich ehrlich sein. Hallo. So. Logischerweise mit weichen Reifen. Wir werden. Wir haben bestimmt. Wir können gar kein Tuning hier machen. Nette Denkweise. Vielleicht aber auch nur, weil wir gerade nichts anderes frei haben. Das kann natürlich sein. Wir wollen aber jetzt nicht alle Dailies, denke ich mal, einfach heute. Oder? Ich weiß es noch nicht. Gucken wir gleich. So, ich habe die Musik einen ticken Verlade bekommen. Weiter geht's. 5, 4, 3, 2, 1, los. 30, 4 links, macht auf. Argentinien finde ich nie einfach. 30, 4 links, in 1 rechts, verdeckt, macht auf. Genau wegen sowas. Rechts halten, für 80, 4 links, verdeckt, 30, 5 links, jetzt weiß ich, warum EA Großmasters wollte. In Kehre rechts, verdeckt, in Kehre rechts, verdeckt, in 5 links, 30, 4 rechts, in 3 links, in 2 rechts, macht zu, 30, cut, in 3 links, lang, macht zu, in Kehre links, verdeckt. Nein, noch nicht, die Kehre kommt hier erst. Rechts halten, für 30, Achtung, don't cut, 4 rechts, 4 links, in 1 rechts, verdeckt, small cut. Dann habe ich mir eine Strafe eingeheimst, da. 4 links, rechts halten, für 30, Achtung, Kehre links, verdeckt. In Kehre rechts, verdeckt, macht auf. Nein, der war ja zu weit gerutscht. In 4 rechts, in Kehre links, verdeckt, weit, macht auf. Nein, 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 ruhig. In Kehre rechts, weit, macht auf. In 3 rechts, über Kuppe, in 4 links, in 1 rechts, macht zu. Rechts halten, für 30, 3 links, lang, macht zu, 2. Ich habe vergessen, was einzuschalten. In 5 links, in 4 rechts, in 4 links, lang, wellig, 30. Langsam, 2 rechts, lang, macht zu, in links, Kehre, weit. In 4 rechts, über Welle, in Achtung, 5 links, 30. Über böse Wellen, Kehre rechts, verdeckt. Über böse Wellen? Oh nein! 30, 6 rechts, 50. Achtung, rechts halten, don't cut, 5 links, 30. Von böse Wellen, Kehre links, in 5 rechts, in 5 rechts, in Don't Cut, 5 links, in 1 rechts, 30. Links halten, über Kuppe und Welle, in 1 rechts, macht zu. 50, über Wellen, 2 links, macht zu. Hey, 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 da will ich nicht hin. 30, 3 links, 30. Dauer, das hat weh. Abzweig, 2 rechts, verdient. Dann bitte wieder wenden, danke. Rechts halten, für 50, 1 links, macht zu. 30, 5 rechts, lang, macht auf, 80. Wellen und Sprung, in 6 links, in 1. Langsam, 6 rechts, sehr lang, über Kuppe, macht zu, Kehre rechts, don't cut. Wow, 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 ganz ruhig. Nein, 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 da, da, da. Gut gegangen. Oh, nee, doch nicht. Rechts. Rechts. 50. Gabel 4 links lang, mach zu, 30. Rechts halten, Überkreuzung in 4 links und don't cut 3 links in 1 rechts. Nee, was los hier? In 6 links, 50, 6 rechts, 30, 3 links, sehr lang, macht auf, macht zu, 1. Macht auf, macht zu. 50, 5 rechts, in 4 links, 4 rechts, überziel, macht auf, 30, ist Stopp. Yay, wir haben es drin. Wir haben Argentinien irgendwie geschissen bekommen. Oh, keine einfache Strecke für mich. Ja, danke. Ich dachte schon, das Spiel hätte jetzt nicht gereiht, das war hier durchfahren. Platz 309. Wir werden nicht weit oben sein, das ist aber normal. Ein bisschen Motor Mapping hatten wir mit dem hier schon. Cool. So. Ähm, ja, diese Rallycrosses... Ne? Ne, da bin ich nicht sehr gut drin. Deswegen, die Rallycrosses lassen wir mal raus. Also nichts, überhaupt nichts gegen die Rallycrosses hier. Aber wir, ich hätte jetzt nur normal Bock auf die normalen Rallys. Das heißt, wir fahren jetzt hier mit dem Mitsubishi Alliance Evolution 10. Hat der irgendwas schon drin? Yes, der hat schon drin. Das ist angenehm. Lass uns mal nach Australien fahren. So. Guck mal, hier wäre das Fahrzeugtune wieder drin. So, weich. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir auch für ihn logischerweise nichts haben. Wir hätten Neuseeland. Wir fahren aber nicht in Neuseeland. Also werde ich ihm natürlich jetzt auch nicht die Neuseeland-Settings einpacken. Das wäre dumm. Nicht boos gemeint, aber wenn man willst, auch richtige Settings haben halt, nicht? Start 50, zwei links lang, macht auf über Kuppe in Brückeeng. Viel Glück. Auf Brückeeng Asphalt! Ah, Brücke! Ah, Brücke! Auf Schotter! 30! Vier rechts über Kuppe in sechs links! 80! Sechs links lang! Nein, 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 nein! Ganz ruhig! Ja, immer das ist ein Albie! Da hab ich kurz nicht zugehört! Ah, da hab ich kurz nicht zugehört! In zwei rechts, macht auf über Brückeeng! 80! Sechs links lang, macht zu! In Kuppe voll! 150! Fünf rechts lang, macht auf über Kuppe! In sechs links lang, über Kuppe! In sechs rechts lang, macht zu! Auf Schotter! Da rutsch ich runter! Aua! Die kann jetzt ja hoch wollen, danke! Sechs links lang, macht auf über Kuppe! 30! Reifenschaden vorne rechts! Anhalten und reparieren oder weiterfahren? Ja, das will ich! Ich hab mich gefragt, wann das mal passieren wird! In fünf rechts, über Kuppe, macht auf lang! 30! Fünf rechts lang, macht zu vier! Vielleicht hab ich ja Glück! Da ist der Reifen weg! Ja, jetzt zieht er natürlich ein bisschen! Das kriegen wir aber gewendigt, hoffe ich! In fünf links lang, macht zu! Zwo! Cut! Macht auf! 30! Sechs links, in vier rechts lang! Ja, der lenkt natürlich jetzt in den härteren Kurven etwas schwieriger! Das ist normal! In drei links lang, macht zu! Don't cut! In vier rechts lang, macht auf über kleine Kuppe! Lenkt auch! 30! Kuppe! In sechs links lang, macht zu! Macht auf! Über Kuppe voll! 120! Drei rechts! Macht auf! Über Kuppe! Ja, nicht darüber ziehen! 50! Achtung! Zwo rechts! Macht zu! Macht zu! Also, harte Bremsen mag der nicht aktuell mehr! Und das tut auch weh! In zwei links, macht auf über Kuppe! 80! Sechs links, über Kuppe lang! Macht zu! Nach Kreuzung! Bleibt sehr lang! Und Achtung! Macht zu! Zwo! 30! Vier rechts lang! Macht auf! Über Kuppe! Oh! Lenkt doch rein! Achtung! Langsam! 30! Fünf links lang! Über Kuppe! Macht zu! Zwo! Macht auf! 50! Das würde halt dieses schlechtes Einlenken! Einplan! Aber vielleicht kann ich das hier mit ein bisschen regulieren! Voll mittig! Über Kuppe! 50! Fünf rechts! Macht zu! Macht auf! Über Kuppe! Nein, nein! Nicht so! Hier hin! Nein! 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 Immer noch nicht! Nein! Ich muss dagegen halt richtig arbeiten! Am Waste Day hätte ich jetzt die Reifen safe gewechselt. Aber nicht bei den Daily. Wir haben den Daily geschafft mit einem kaputten Reifen und rollen und rollen und rollen und rollen immer noch. Ja, danke. Ich frag mich gar nicht, der mich mal fahren lassen wollte. So, wir haben es mit einem kaputten Reifen geschissen bekommen. Es ist schon eine Kunst. Bam! Mapping 2 durch. Rally Cross. Das ist ein Delta. Ja, es gab ja noch die Deltas. Die kann ich auch noch gleich gang gehen. Und AI Challenge. Was hat denn nochmal AI Challenge? Ja, wir gehen erst mal... Wir nehmen mal das Delta täglich. Das ist so, wie es aussieht in den USA. Mit dem Fiesta R5. Haben wir irgendwas an ihm gemacht? Ja, haben wir. Dann fahren wir mal die USA. US und A. Und danach haben wir noch die AI Challenge. Dann haben wir mich alles soweit durch, bis auf die Rally Cross. die ich aber getrost ignorieren tue. Wie gesagt, schreibt mal gerne mal in die Kommentare, ob ich mich mal dieses monatlich wagen soll. Und wie aktiv soll ich wirklich die Dailies wieder machen? Funny sind, also interessant sind sie schon. Und so kann ich mich natürlich auch ein bisschen ins Geschehen mit einbringen. You know? Und deswegen... Start. Dann machen wir mal in die Strecke, die YouTube nicht so 100%. Ich war ja jetzt hier gegen... In der Kondierung, glaub ich, war das, oder? Ist aber eine schöne Strecke. Vier. Drei. Zwei. Los. Sechs links. Fünfzig. Mittig gehalten über Kuppe. Ich hab immer nur noch keinen Plan, was diese Delta sein soll. Ich bin so überhaupt nicht mehr drin in den Kuppe-Sprung. Wir sind Dailies. Oder grundsätzlich in den Challenges. Sei es jetzt Daily Weekly oder Montage. Also täglich, wöchentlich oder monatlich. Mittig über Kuppe-Sprung in vier rechts lang. Aber vielleicht, wenn Dennis so frei ist, beantwortet er mir das bestimmt wieder. Wenn er jedenfalls das Video sich ja anschaut. Macht auf, zu übersprungen. Ja. So. Langsam. Sechs rechts über Kuppe. Extra lang. Macht zu. In Abzweig. Eins links. Habe ich ein bisschen blöd gebremst. Und voll rechts über Kuppe. 200. Ich hab mich ja immer noch, warum die USA so farbenreichtummäßig gemacht haben. 100. So auf Herbstbasis. Wirkste Farben. Langsam. Vier links lang. In Abzweig. Kehre rechts. Ich würde so schnallig, weil die Farben wäre. Mal davon ab, dass sowieso sehr viele Details hier mit existieren. 80. Sechs links. Macht auf. Habe ich nicht zugehört. 70. Über Kuppe. Achtung, Gabel. Fünf links. Über Kuppe. In sechs rechts lang. Macht auf. 80. Über Kuppe. Fünf rechts. Macht zu. Abzweig. Eins lang. Macht auf. 20. Abzweig. Eins links lang. Überkreuzung zweimal. 80. Abzweig. Nein, 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 nein. Ich glaube, ich habe gerade ein Licht zerstört. Gehen drei rechts lang. 20. Abzweig. Eins rechts. Warte, wie viele Abzweige habe ich denn hier? Abzweig. Zwo rechts. 100. Abzweig. Eins links. Abzweig. 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 50. Fünf rechts. In fünf links. Macht auf. Über Kuppe. 80. Cut. Fünf rechts. In sechs links. Über Kuppe lang. Nein, 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 ruhig. 50 über Welle. Fünf rechts. In sechs links. Und mittig halten. Über Kuppe. In Achtung. Vier rechts. Macht zu. Macht auf. Über Kuppe. Oh. Mittig halten. Für 180. Upsa. Vier rechts lang. In drei links. Extra lang. Macht zu. Zwo. Nach Kreuzung. In vier rechts. In sechs links. Macht auf. Über Kuppe. Extra lang. Macht zu. Vier. In sechs rechts. In sechs links. In sechs links. In sechs links. In sechs links. Über Kuppe. Extra lang. Macht zu. 30. Über Ziel. Da kommt das Ziel. Wir haben ins Ziel gepackt. Und nicht viel. Viel Minus. Aber gut. Keine Ahnung, was hat der Unterschied. Wie gesagt, hier drin ist. In sechs rechts. 376. Ups. Not good. So, jetzt haben wir noch eines. Soweit ich das sehe, ist das nämlich nur noch das hier. Ach, ich challenge. Mit. Oh, nein. Wieso denn mit dem Stratos? Oh, ich kann den nicht leihen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen mit dem Geld vorsichtig. Normalerweise würde ich es machen. Aber ihr habt gesehen, viele Moneten habe ich nicht. Da fahren wir aber erst mal Polen mit dem Stratos. Habe ich mit dem Polen Tuning? Also ich weiß, dass der Stratos einen Tuning-Bereich besitzt. Das weiß ich nicht. Jetzt gucken wir aber jetzt gleich mal. Oh. Oh, der ist ein bisschen kaputt. Oh. So, zack. So, boah, was hast du denn? Äh, ich fahre in Polen. Ich habe aber hier noch Wales und USA. Okay, also unwichtig. Schade. Ich sage ja, es ist hier ein Partium. Leider. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los. Kuppe voll, 50, sechs, rechts, in sechs, links, über Kuppe, extra lang. Ich bin jetzt so kein großer Fan vom Stratos. Der fährt sich nämlich ein bisschen ekelhaft. Rechts halten über Kuppe, Achtung, langsam. Rechts halten für 50, ab Zweig, eins, links, verdeckt. Wow. 120, Kuppe voll, 50. Links halten, übersprungen. Und rechts halten, in sechs, links, übersprungen, macht zu vier. In drei rechts lang, macht auf, über Kuppe, 80. Sechs links, über Kuppe, extra lang. Hänge vier rechts lang, macht auf, über Kuppe, 60. Sechs rechts, links halten, für 80. Achtung, Kuppe, Gabel, drei, links, lang, 80. Sechs rechts lang, macht auf, über Kuppe, Sprung, 30. Kuppe. Ich verliere gerade Plätze und was. Und fünf links, extra rechts lang, über Kuppe, 30. Fünf rechts lang, macht auf, über Kuppe, in voll links, über Kuppe, 60. Gabel, fünf links, übersprungen, Kuppe, und sechs rechts lang, macht auf, über Kuppe, in sechs links, extra lang, macht zu, 5. Wow, hallo, lenkt doch ein, danke. 30, vier rechts, über Kuppe, 70. Fünf links, macht zu eng. Und sechs links, übersprungen. Nein. Fünf rechts lang. Er hat quergezogen. Don't cut Asphalt. Wenn du nicht so quergezogen hättest, wär ich auch nicht gegen den Baum geknallt. Achtung, 30, Schikane, eins rechts, Eingang, zwei links. Fünfzig, fünf rechts, 30, Gabel, vier links, macht zu, Schotter, in fünf rechts. Hä? Fünf links, in sechs links, in sechs links. Ich mag den Stratos nicht. Grundsätzlich bin ich kein Fan von ihm. Sechs rechts, über Kuppe lang, 50. Einfach rein vom Handling her. Kuppe und fünf links, und sechs rechts. Deswegen. Merkt man vielleicht auch. In sechs links lang, macht zu, mittig halten, für 150. Ich verliere halt immer mehr Zeit. Sechs rechts, sechs rechts, macht auf, rechts halten, über großen Sprung. Bei elf Sekunden, jetzt bin ich bei 43 Sekunden, ey. Achtung, 80, rechts halten, über Sprung, in vier links, über Kuppe, macht zu. Nein, come on, jetzt. In sechs rechts, macht auf, 30, Kuppe, in vier rechts, macht auf, voll links, über Kuppe, 50. Mittig halten, über Kuppe, Sprung, 50. Fünf links lang, macht zu, drei. In fünf rechts, über Kuppe, in fünf rechts, über Kuppe, 30, sechs links, übersprung, 50. Mittig halten, übersprung, in vier links, macht zu, durchsenke. In vier rechts lang, über Kuppe, Welle. Macht auf, sechs, über Kuppe, bis Kuppe, und fünf links lang, 30, sechs rechts, rechts halten, für 70, fünf links, 70, Kuppe voll, in sechs links, sechs rechts, übersprung, 50, sechs links, übersprung, rechts halten, für 50, sechs links, über Kuppe, in fünf rechts, über Kuppe, bis Kuppe, und sechs links, macht auf, mittig halten, über Kuppe, sprung, bis große Sprung, in sechs links, 50, sechs rechts, 50, sprung voll und sprung, 50, sprung voll und sprung, sechs rechts, macht auf, lang, über Kuppe, langsam auf Asphalt, 50, abzweig, eins links, macht auf, don't cut, lang, don't cut, 160, don't cut, zwei rechts, umballen, 50, don't cut, eins rechts, umballen, in don't cut, abzweig, eins links, Kopfstein rutschig, und kehre links, don't cut, drei rechts, und drei links, rutschig, in Gabel, don't cut, drei rechts, macht auf, lang, 100, Gabel, vier rechts, verdeckt, extra, extra lang, macht zu, 50, Er hat sich kurz, ein bisschen quergestellt, ey, sprung voll, bis sprung, langsam, 30, sechs links, 30, abzweig, eins links, 30, sechs links, extra lang, 120, da bin ich gerutscht, Nein, 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 nein Kuppe, in 5 links, in 4 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 80, 4 links lang, macht zu, Sprung, 50, Kuppe und voll links, macht auf, 6 links, über Kuppe, 50, Oh, ich hab doch nur in OBS geschaut, Mann, nur ganz kurz, Macht auf, lang, über große Sprung, 30, Gabel, 4 rechts, extra lang, 30, Ich muss uns was wissen, mehr nicht, 5 links lang, macht zu, 3, 120, Weiter geht's Achtung, langsam, 6 rechts, in 6 links, und ab 2, 1 rechts, verdeckt, macht zu, macht auf, über Kuppe, in 6 links lang, zuhören, immer noch, macht auf, über Kuppe, 50, 5 rechts, übersprungen, in 6 links, Ich hab sowas von über 2 Minuten, äh, äh, Zeitverlust, kommen, was mach ich denn gerade? H Applause. Ja, macht auf, lang, in 5 links, in 4 rechts, über Kuppe, nach neben oben, da kommt, der kom Hintergrund, Nein, da kommt, der kommt, man würde kommen, Mein Baum, Acht auf, über Sprung, ins 6 links, über Kuppe, sag die我也 nicht bedanken, Noi, ach, come on, was ist denn das jetzt? Was? Wieso jetzt auf einmal so viele, In 4 rechts? Bullshit Sachen. Das verstehe ich nicht. 50 langsam Kuppe in Abzweig, 1 links Asphalt. Hä? Habe ich kaputt einen Reifen? Oder warum hast du beim Bremsen darüber gezogen? Wirklich, seit dieser Ebene oder die Ebene davor habe ich nichts mehr geschissen. Abzweig 1 links Schotter und 5 rechts lang in 5 links Übersprung in 6 rechts Nein! In 6 links extra extra lang Macht auf, über Kuppe Sprung in 6 rechts lang Wenn wir irgendwann mal den Stratus auf Standard Set einen kompletten Map haben, habe ich jetzt schon keinen Bock da drauf. Oh boy! Macht auf, über Kuppe in 5 links lang Macht zu 4, 50 Ich weiß es gerade gar nicht. 5 rechts extra extra lang Nachkreuzung in 6 links über Kuppe lang in 6 rechts lang Nö, 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 vergiss es. Macht auf, über Kuppe 15 Nachrichten In der letzten Etappe Yay! 6 links In 6 rechts In 6 links Die letzte ist nö, 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 nö Doch Etappe, glaube ich, ne? 140 Über Wenden Wow, 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 wow 5 rechts überwenden Sprung, macht auf über Kuppe Und Sprung lang Auf Kuppe voll, Sprung Sprung, 50 Sprung hier selber 80 Kuppe voll, Sprung 100 Kuppe voll 50 5 rechts Gabel, 4 links, Asphalt In 6 rechts überziehen Bis Stopp, gut gemacht Wir haben's Alle mit zweieinhalb Minuten Schlechter als der erste Oh shit Wie halten sich die Reifen? Schlecht halten sie sich Oh Hat einer aufgegeben Ja, reiß das ruhig nochmal unter die Augen Gut, damit haben wir die Dailies Bis auf die Valley Crosses Die ich wie gesagt hier ignoriere Durch Yay Nein Dann ist es halt so Gut Leute Ich würde mir jetzt auch mal dann sagen Das war's dann auch schon wieder mit Diesem kleinen, feinen Part von Dirt Wow, die 2.0 Die Daily Herausforderung Vom 30.12 Wenn es euch denn so Heute gefallen hat Dann lasst es doch wieder Eine kleine Feine Bewertung Und wir sehen uns Auf jeden Fall Bei einem weiteren Video Bis dahin Und Ciao 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 Ciao